Der Dienstag startet mit einem bewölkten Himmel und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Mittags gibt's dann eine Mischung aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten von 8 Grad. Gegen Abend zieht der Himmel wieder zu, nachts kann's regnen bei Tiefstwerten von 4 Grad. Die nächsten Tage werden regnerisch. Am Mittwoch soll es bis zum Nachmittag regnen bei Werten von 5 bis 12 Grad. Auch donnerstags und freitags sollte man den Regenschirm nicht zu Hause vergessen. Immer wieder kann es Schauer geben. Die Sonne ist nur am Donnerstag kurz zu sehen.